Musik Wisst ihr, wie eine Fernsehshow funktioniert? Nein. Deswegen schauen wir uns jetzt einmal den HR-Treff an. Musik Guck mal, hier ist deine Kamera. Hi Sandra. Hi Sandra. Gut. Steffen, gehst du mal aus dem Bild? Die sind schon weg, die beiden. Das ist Patrick Lindner. Bleib doch mal da, ist doch schön. Gut, das kleine Mädchen ist wahrscheinlich in der Mitte dann. Gut, da habe ich Dankeschön gesagt. Was habt ihr denn schon mitbekommen, was hier bei uns am HR-Treff so passiert? Was wir hier machen? Heute Abend ist die Schlagerparty. Genau, heute Abend ist Schlagerparty, heute und morgen. Beziehungsweise, andersrum gesagt, wir ermöglichen unseren Gästen hier eben, dass sie bei den Proben hinter die Kulissen schauen können. Und deshalb proben wir heute den ganzen Tag, morgen den ganzen Tag. Heute Abend ist quasi die Generalprobe, wenn man so will. Und morgen Abend um 20 Uhr ist dann die Aufzeichnung fürs HR-Fersehen. Also, wir sind jetzt hier hinter der Bühne, aber immer noch auf der Bühne. Und von dieser Seite ist ganz wichtig, kann man ja auch so ein bisschen sehen schon, werden alle Requisiten koordiniert. Ja, wir hatten, wie gesagt, heute mehrere, also auf dem Herstag mehrere Veranstaltungen hier. Und wir brauchen natürlich für jede Veranstaltung eine andere Kulisse. Achtung bitte. Und jetzt kann man eins jetzt ansagen. Wie ist Musik in mir? Hier ist Patrick Linder. Ich bin der Tanz und Tango, freut der Palette und Leidenschaft. Hier sind eben die Kollegen von unserer Garderobe untergebracht. Die haben ein ganzes Equipment mitgebracht, was sie so brauchen. Also, wir haben zum Beispiel auch zwei Nähmaschinen dabei, eine Waschmaschine und einen Trockner, damit wir hier vor Ort alles wieder säubern können. Wir haben zahlreiche Bügeleisen dabei, damit jeder irgendwie gut aussieht, wenn er aus der Bühne kommt. Nicht nur für unsere Moderatoren, die wir hier haben, sondern eben auch zum Beispiel, wenn unsere Künstler kommen und der Anzug nochmal aufgebügelt werden muss oder solche Sachen. Dafür sind wir hier auch komplett ausgestattet. So, ihr wart jetzt ganz spontan, Lichtdubel auf der Bühne. Wie hat es euch da umgefallen? Also, das war jetzt eigentlich voll die Überraschung gerade, weil ich wüsste gar nicht, was da eigentlich jetzt kommt. Jetzt schauen euch die ganzen Leute einen an und erwarten was von einem. Und jetzt sind einfach drin, okay, mache ich jetzt hier. Was ich auch nicht gedacht hätte, ist es auch richtig warm, wegen dem Licht und allem. Und es war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Das ist der Moment, wenn der Himmel brennt, wenn sich alles dreht, wenn man Sterne sieht, das ist der Moment. Na Mädels, ist das Fernsehen was für euch? Nee. Das überlassen wir lieber den Profis, oder? Ja. Ich bin frei.